Hallo zusammen, mich hier ist wieder heute der Abend, heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar heute für euch heute wieder so eine kleine Folge von meiner Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und dazu bin ich jetzt spät abends noch unterwegs, wollte gerade ins Bett gehen hab noch einmal gescannt auf, ähm, hier where we think und dort ist mir ein schickes Teil aufgefallen, ich kann es euch mal reinziehen da haben wir nämlich Xarionas Spektalklown für nur 1500 Gold und natürlich ist das auch wieder ein removedes Item und dann dachte ich mir, komm, jetzt schau ich schnell hab dann einmal gescannt gehabt hier mit, ähm, einem Add-on ne, also Collector Nato schimpft sich das und dort hatte ich es nicht gefunden, jetzt hatte ich es aber dann zum Glück, muss ich sagen noch manuell gesucht und irgendwie das Add-on hat es nicht gefunden aber wenn ich es manuell gesucht habe, ähm, war es quasi tatsächlich drin und ich konnte es auch ergattern, ich habe es jetzt gleich mal rausgekauft nicht, dass es mir nur irgendwer anders wegklaut und ja, das ist wirklich Schnapper des Jahrtausends removed das Item aus Cataclysm heißt bestimmt schon über 10 Jahre raus und damals vom World Boss gedroppt ähm, für jetzt, ja, wie gesagt, 1500 Gold gekriegt so, das holen wir mal raus lernen das gleich mal wo geht das jetzt mit dem Net? eigentlich hat das doch jetzt mal funktioniert das muss ich mal gucken ach, okay, das will er jetzt irgendwie nicht meuten bis ausgerüstet, okay keine Ahnung, es hat jetzt sonst noch mal geklappt dann muss ich es vielleicht doch hier reinpacken ah ja, das macht er komisch, warum er jetzt wieder die das Level-Ding haben will dann, äh, logge ich vielleicht auf einen Kettenchar, der das jeweilige Level hat und dann holen wir uns das da raus, hätte ich gesagt dann machen wir das so rum und da können wir hier schon mal umloggen ähm wobei, ich muss ach, der hat noch 500 Gold ja, das Gold hole ich nur rüber und dann loggen wir um, machen wir es so so, jetzt sind wir auf meinem Schammi der müsste das jetzt eigentlich lernen können also, pack mal die Bank einmal aus wo haben wir sie? ah, ich hab mir sogar rausgezogen schon komisch, dass das jetzt mit dem ähm, Char nicht ging dass ich das quasi anlegen konnte ah, okay dies benötigt möglicherweise eine erzwungene Aktualisierung um ordnungsgemäß gesammelt zu werden ach, okay das ist so ein Item das ein bisschen verpackt ist so wie es aussieht IC wobei es sieht so aus ob es ercollected ist vor allem jetzt ist es seiengebunden machen wir das mal wenn ich es jetzt einmal verkaufe ich pack mir das mal auf die Bank das scheint irgendwie ein bisschen verpackt zu sein vielleicht war es deswegen auch so günstig drin ähm, nichtsdestotrotz kann ich es jetzt einmal aus meiner Liste rausschmeißen hätte ich gesagt und zwar wo haben wir es? ähm ich glaube hier sind die Klauen, ne? Spektalklauen das müsste das sein das haben wir jetzt gar nicht kopiert also die können wir jetzt einmal löschen und dann tragen wir das ein oh da ist noch das von letztem Mal drin also das waren jetzt 1000 Gold und ja mal gucken also wenn es jetzt ähm nicht richtig klappt mit dem Collecten ist auch nicht schlimm für 1000 Gold haben wir nicht viel kaputt gemacht Juti dann gucken wir mal weiter so als nächstes sind wir auf Black Rock unterwegs und zwar habe ich hier wieder was Schickes gefunden einmal ein Platten-Item und zwar Verzehrte Pyrium-Armschienen und ich würde sagen die kaufen wir uns kosten 150.000 Gold und ja auch das Item ist wieder ein Cutter-Craft-Item und ähm dementsprechend auch wieder ein Removedes Juti dann muss ich noch einen Postkasten aufstellen jetzt schauen wir mal so muss auch lernen können wunderbar und ja dann würde ich sagen tragen wir das Teil einmal mit ein in letzter Zeit muss ich sagen finde ich echt einige von den Items ne die ein gutes Stück günstiger sind als die 450k die ja sonst diese Sachen immer drin sind also aktuell läuft es tatsächlich gut so dann schauen wir mal ob wir das hier mit drin hatten ah seht ihr mal das haben wir ganz hier unten das können wir einmal löschen und dann tragen wir das hier ein für 150k gut dann gucken wir weiter was wir sonst noch so nettes finden als nächstes sind wir auf Akramar unterwegs und dort habe ich einen Umhang gefunden abgenutzter Bike-Umhang und das ist ebenfalls ein Removedes Item hierfür 99.000 Gold was ein ziemlich schnapper ist der war jetzt immer für glaube ich 1,3 Millionen über 3-4 Monate drin ich habe den beobachtet und jetzt hier für 100.000 da kaufen wir natürlich raus der ist schon wahrscheinlich mit dem Cutter-Revamp quasi removed worden und ja jetzt haben wir das Ding auch und wieder quasi eins raus in letzter Zeit muss ich sagen Items die ich schon ewig beobachte sind auf einmal alle halbwegs günstig drin also günstig zumindest für remove so sagen den haben wir hier oben gleich bei den weißen und grauen Items dann können wir jetzt hier die Zeile löschen und den hier auch eintragen für 99.000 Gold und ja dann schauen wir mal weiter was wir noch so finden so als nächstes bin ich jetzt auf Main ich habe nämlich einen größeren Trade eingetütet jetzt muss man mal gucken ob das alles soweit klappt ich habe nämlich da jemanden rausgesucht der auf BOW Thing quasi ein paar Items drin hatte okay die drei brauche ich wir hatten uns geeinigt auf 1,1 Millionen Gold jetzt gucken wir mal haben wir das Richtige ja das passt und die Items würde ich sagen gucken wir uns dann gleich ein wenig genauer an so jetzt würde ich sagen gucken wir uns mal an was ich mir gekauft habe ich habe jetzt gerade mit dem Verkäufer noch ein bisschen hin und her gechattet ist nämlich auch ein Sammler der Kollege und zwar habe ich mir jetzt wie ihr gerade gesehen habt für 1,1 Millionen drei Items gekauft das ist irgendwas 300 366 irgendwas ne also bisschen über 366.000 pro Item ähm hat den jetzt ein bisschen rumgehandelt gehabt denn ähm ich habe jetzt nicht mehr sonderlich viele Sachen die aktuell im EU Auktionshaus sind ich kann es euch mal zeigen das waren jetzt die drei Items die ich mir gekauft habe aktuell sind nur 5 drin ne die anderen sind halt bei mehreren Millionen und der hatte die halt für 400 irgendwas 500 und hier 600 irgendwas 1000 drin und jetzt habe ich den halt auf dem Server äh einen Brief geschrieben und habe halt versucht ein bisschen rumzuhandeln ne eigentlich wollte ich für das 300k zahlen jetzt sind es 366 und ein paar zerhackte ist auch okay würde ich mal behaupten genau und ja die müssten wir jetzt dann gleich weg haben jetzt würde ich sagen tragen wir die noch in die Tabelle mit ein und dann oder warte mal wir lernen sie erst mal oder ziehen wir es mal an mal eins äh das müsste ich ja jetzt auch lernen können ne Stoff und das ist auch Stoff das Ding ist früher war das so das Kapitalverbrechen remove das Item für mehrere hunderttausend und dann ein Stoffitem mit einem Ledertschar angelegt dann waren die quasi rip die Sachen ich habe einige Sachen auch verloren deswegen ne weil ich es schon mal verkackt habe ich habe die blöderweise dann aber auch weggehauen ähm und eventuell manche sogar noch mal gekauft wo ich es verkackt habe äh da wusste ich aber noch nicht dass das irgendwann ne freigeschalten wird dass man alle Rüstungsklassen sammeln kann also das ist schon länger her also die kann ich wahrscheinlich auch bei der Gegenstandswiederherstellung nicht mehr wieder herstellen aber naja sei es drum jetzt würde ich sagen ähm gucken wir einmal an der Stelle die ganzen Items nach ob ich die in meiner Liste drin habe fangen wir mal mit dem Umhang an den habe ich drin den können wir jetzt schon mal rauskegeln nicht spalten löschen halt dass wir jetzt keinen Kack machen wir löschen einmal die Zeile ich trage ihn hier mal ein ich mache jetzt nicht diese Kommazahlen sondern wir machen jetzt 1,1 Millionen warte mal das sind 100.000 das sind 1,1 Millionen genau und dann tragen wir die Items jetzt einfach da runter würde ich sagen ein sonst wird das sowas verhacktes das ist denke ich mal auch nicht sinnig so dann haben wir die Feuer zwischen Schultern achso die Leute wollten immer sehen wie die Sachen aussehen also es sind halt irgendwelche Cutter Craft Items die haben dieselbe T-Mock wie ewig viele anderen also es geht hier wirklich nur um die ID ne seht ihr da sind irgendwie 30 Items die dasselbe Aussehen haben und hier naja gut sind es immerhin 3 ne und da sind es auch 3 also es ist jetzt alles nichts besonderes man kauft das Zeug oder ich kauft das Zeug jetzt nicht wegen dem Aussehen sondern ähm schlichtweg nur wegen der Tatsache dass ich halt die IDs mehr hab ne so dann haben wir die Schultern hier unten noch das können wir auch löschen ziehen wir es wieder rüber und das letzte sind die Handgelenke dann wird nämlich die Liste auch ein bisschen kürzer mal raus die haben wir auch drin ok 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 löschen und jetzt sind in der Liste hier nur noch 52 Items ne also da oben sind 1,2,3,4,5,6,7,8,9,7,11,12,13,14 normale removete Sachen und der Rest ist halt ähm hier quasi Cuttercraft Items wie viel sind es dann ähm 38 oder müssten es dann sein 38 Cuttercraft Items wenn ich mir jetzt nicht verrechnet hab genau jetzt tragen wir das noch ein und ja übrigens ähm diese paar Items die jetzt da aktuell noch drin sind im WoW Thing ne also hier dem Spaß es sind immer mal wieder andere Items drin also mir ist schon aufgefallen ein Verkäufer der hat bestimmt 20,30 von den Cuttercraft Items und ähm gut da werde ich jetzt immer weniger von dem aus seinem großen Pool brauchen der haut das vielleicht einmal äh oder zweimal im Monat rein also die sind dann immer nur äh quasi für 24 Stunden oder 48 Stunden drin und dann sind sie wieder ein, zwei Wochen gar nicht drin also da kommen schon immer mal wieder andere Items rein ist jetzt nicht so wenn ich die drei gekauft hab dass es nur noch die zwei für immer sind sondern da sind auch nochmal andere Sachen quasi mit am Start unter anderem hab ich die beiden Umhänge letztens für 660k gesehen dachte ich mir naja jetzt kaufen wir erstmal noch die günstigeren Sachen vielleicht die werden sicher auch wieder die Tage reinkommen also da kommen immer mal wieder ein paar Items rein aber tendenziell werden es tatsächlich immer weniger genau gut ähm dann sind wir damit durch ähm Endsumme können wir jetzt nochmal kurz gucken genau und zwar ist die Endsumme jetzt 1.350.000 also 1.350.000 und ja haben wir wieder einiges Nettes gekauft einige Sachen die waren ja sehr günstig die waren jetzt schon ein bisschen teurer aber zumindest immer noch unter 400k pro Item YouTube dann sind wir durch hat mich gefällt dass ihr dabei wart und wenn ihr wollt sehen wir uns gern im nächsten Video wieder euer Tila bis dahin ciao bis dahin 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 Vielen Dank.